Was ist der Gespräch am Flughafen zwischen drei Freunden? Dieses Video zeigt ein Gespräch am Flughafen zwischen drei Freunden, Maria, Marius und Alex. Marius und Maria treffen Alex zufällig am Flughafen. Er kommt gerade aus der Ukraine. Dort hat er einen neuen Reisepass machen lassen und fliegt weiter nach München. Maria und Marius haben in Berlin einen Urlaub gemacht und fliegen ebenfalls nach München zurück. Alle drei checken gemeinsam ein und steigen in das Flugzeug ein. Hallo Marius, hallo Maria. Oh Alex, hallo. So eine Überraschung. Was machst du hier in Berlin? Warst du im Urlaub? Ich fliege nach München, ich war in der Ukraine. Ach so, wie war die Reise? Danke, gut. Ich habe meine Verwandten und Bekannten besucht. Außerdem musste ich mir einen neuen Reisepass ausstellen lassen. Und ihr habt ja auch Urlaub gemacht. Ja, genau. Das war unsere erste Städtereise. Ich habe mich in die Stadt verliebt. Das war wirklich toll. Du, Alex, hast du schon eingecheckt? Nein, noch nicht. Und ihr? Wir auch nicht. Wir müssen uns beeilen. Es ist nicht so viel Zeit übrig. Keine Panik. Gehen wir jetzt zum Schalter. Es geht ziemlich schnell. Wir haben doch nicht viel Gepäck. Hast du unsere Reisepässe, Maria? Ja, da sind sie. Sag bitte der Dame, ich möchte gerne am Fenster sitzen. Okay, geschafft. Reihe 7, Plätze A und E. Hey, Alex, welche Reihe hast du? Reihe 7, Platz C. Ich glaube, wir sitzen nebeneinander. Da könnt ihr mir mehr über Berlin erzählen. Ja, genau. Ah ja, unser Flugzeug ist zum Einsteigen bereit. Welches Gate haben wird? Gate 10. Kommt, gehen wir. ть 10. Kommt, gehen wir.